Auf geht´s, auf geht´s Ab da jemand von dem Thunderlords halt Auch nicht der Held zu pick Naja, eigentlich muss ich ja nur einmal mit Malfight ordentlich reinbuttern Dann ja so, Ult und dann auf geht´s Alter, wir lieben das aus, ey Hast du so lange kein LoL mehr gespielt? Nee Das ist so krass, wie der Fall ist aus Wir sind alles so hässlich Du hast da nie Iron gezockt Nee Das sieht doch so witzig aus, gar nicht Wie der rumhuppt, Alter Einfach nur mal eine E auf dem AD Carry machen Auf jeden Aber einfach hier stehen bleiben Ich hab ein bisschen ein Der Skin ist schon hier ohne so Ja Welche? Ich find´s geil wie die so surft Bei euch Ja Und man muss ja mit, äh, mit dem Skin muss man ja, äh Abilities treffen, um irgendwie sowas, irgendwie so wie Erfahrungspunkte zu sammeln Und dann kannst du das dann irgendwie entscheiden für ein Element Hm Hm Iron Hm Hat der Pilz in der Hand? Jo Okay, ich hab'n Root Root Der ganze Pilz Jo Kann da jeder ran oder nur einer Wie sind das alle? Alle können ran Was baue ich? Ich hab'n Full Schild so Das wäre aber das alles nice Ja Dann wenn ich dir meine Ehe gebe, wie du reinstammst, machst du nach 2 Sekunden halt damage Du kannst, hau' mal deine Pässe für drauf oder so Da bin ich noch 4 drauf Oh, der Schuss ist jetzt nicht Kann ich das doch einsammeln? Nee, komm Nee, aber nur Bars Oh, der Figur bin noch ein Schuss Ich kann halt keine Monster attacken Keine Attack-Monster Oh, die verpasst 3 Mal Ja Aber eigentlich ist das nice mit Katie, denn man kriegt hier ihren Headshot öfter, weißt du? Ich krieg den Headshot Ich krieg den Headshot Ja, wenn ich meinen Bush mache Ja, wenn ich meinen Bush mache Stimmt, lol Eigentlich ist das eine Bombo Eine Bombo Alter, ist das ok Alter Ist das nice Ich kann ja mal den Draven Ja, ja Das ist ziemlich low An sich ist das echt nicht so dumm, ne? Und du kriegst, wenn du aus dem Bush mit Caitlyn irgendwie das machst Kriegst du 2 Stacks, oder wie ist das? Ja, ja Irgendwie Also, wir picken den Kerlin den Draven so ein ... Ich habe mich so Ladedle Oh, Karsix bitte. Holy cow. Oh, die ist weg, nice. Wailflash, nein. Braveheart in Pogna, nein? Du, also 4 level 6. Nice visual. Das ist schon wieder voll da, oder war der Breg? Ja, der hat Lifky. Der hat dieses Warlord. Hm. Die arme Lux, ey. Du bist gekämpft. Der Karsix hat erst 7 Farms. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, mal rumzukommen. Ich hab das Sinn gew 보ht, die numero 5 oder den Karsix zu haben. Ich hab das noch nicht gewonnen. Ich hab das noch nicht gewonnen. Und wie ein sincerely gewonnen, der hat. Ich hab das noch nicht gewonnen. Und wie ein anderes Beispiel. Ich weiß nicht ob es Sinn macht mal rumzukommen. Ah ne, hier sind es voll mensch eine Wute. Also ich stehe jetzt hier im Busch. Ich stehe jetzt raus. Okay, ich kann es. Alter. Schade. Gut, es ist wirklich krank, ne? Dass da jeder so randingsen kann. Ist schon nie ohne. Weil innerhalb eines Shields übelst OP. Warte mal, ich habe letztens ein übelst krasses Bild gesehen. Mit Albon. AP oder? Nee, Shield, ah, der hat ein AD Carry geschildet ohne Ende. Ah ja, die, ähm, Shields ist gar nicht noch auf AP oder nicht? Der Cleanse war das. Der Cleanse, dann Locket, Redemption, übelklasse Schalt. So, wenn ich jetzt den Blue Buff gemacht habe, bin ich eigentlich Six. da könnte ich eigentlich mal bocklein kommen bei der das nice ist halt wir können dann sozusagen zwei reds haben und zwei blues weil ich dann halt das scheren kann mit einem von euch ich kann den noch holten macht er selber schon da muss man ganz grob rein ich kann und hier sind alle einwohner so lustig 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 mit dem gut dann haben wir heute heute alle macht Niiiice Ja du, pop mal den Den sein Red müsste doch ab sein Wenn jetzt kein Top-Lade war Ah scheiße Das gewordert Mit du? Kappa Kappa Machst du wiederholt? Ähm 52, scheiße Ah belastend Was machen? Haha Ja und da sind die jetzt blau die Monster Wir können einfach nur von hinten auf den Draven drauf Jo Du musst glaube ich länger für die Pässe brauchen Ja ich will schon mal das weiter wenigstens Ja, let's go Hast du ult? Nee, 20, 19 Einfach drauf, oder? Hm Ich hab ult, aber Ne, ne, nicht für die Hast du dann den Dragan vielleicht? Ja Ich hab Q Dive Oh, Achtung Eeeeeeasy Nein 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 Oh lol Wie bist du low? Wie bist du low? Fuck, das ist Daisy Die Das ist nicht so ein Scheiß, Alter Ich guck die nur damit, ey Naja, ist draußen Ich war halt dient einfach Katelyn, 301 Katelyn ist gut, Alter Ich bin nicht schlecht Und, äh, so wie wird die Toplane eigentlich auch Und, äh Und, äh, einer der 20 Farben mehr? Geht denn das? Habe ich schlägt im PS? Eigentlich nicht Habe ich schlägt im PS? Eigentlich nicht Ich glaube nicht, in hohen Pinkert Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, man Was ist das hier? Oh, shit Oh, man Was ist das hier? Oh, shit Na, ne, gut Oh, shit Oh, shit Oh, das ist crazy Oh, das ist crazy Ich muss eigentlich mitte gehen, aber ich hab halt keine ulti und so. Ich kann bei ihr nicht heilen. Scheiße mal da gerade. Ich hab einen Hintpush in den Heiwann. Ich mach halt den Worx top lane. Kriegen die den? Hey Jeff. Hä? Wie geht die? Was ist denn auch fast? Ich hoffe. Ach du, ich komm. Ich hab Volt. Bravematt BF, Alter. Scheiße. Auf geht's. Holy cow, Alter. Ich bin out. Nice. Ich gehe auf AP. Full AP. Nee, eigentlich nicht. Ich gehe auf jeden Fall. 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 Wir kriegen schon mal einen D Jugend. Ich bin nicht sicher. Ich gehe auf jeden Fall. Du hast noch was? Jo. Ich denke, es ist Kettin in die Stiftung. Warte. Da oben hängen. Eigentlich ist die Cajun-Skeldin starker, in meinen Augen. Ah, da könnt ihr mal das Muno-Schild, Alter. Ich kann nochmal Bordling kommen. Lux kommt auch. Und ich seh mich dort auch, eigentlich. Hoppla. Ich komm hin. Jo, Jo, Jo. Ich komm hin. Ha! Schade. Bin'n Ticken zu spät. Ja. Schmodell. Hast du es? Nee. Kommt ihr her? Karsix ist hier oben. Was hat Freakin? Ja, Karsix ist jetzt hier. Ja. Wir müssen Mitte, irgendwie. Ach gut, Alter. Ich brauche Mobis. Schade. Ich hab' ihn in drei Sekunden wiederholt. Ach, ich geh erstmal back. Wir müssen eigentlich für Trade gehen, langsam. Ich meine, wir haben ja die Pressure. Wo ist ein Teleport? Oh, Darius hat gerade TP'ed. Also... Lux hat Tränen geballt. Oh, lol. Ich hab' ihn mitgebracht. Oh, fuck. Ich hab' ihn mitgebracht. Ich hab' ihn mitgebracht. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn mitgebracht. Ich hab' ihn mitgebracht. Kannst du dich reingehen, Alter? Einfach nur Pressure, weil ja, ich hab' ihn zufrieden. Oh, der hat Raken. Alter, ich muss eigentlich so reingehen. Ich hab' ihn so low. Ich hab' ihn Raken. Nein! Oh, Leute. Oh, da bist du. Alter. Ich dachte, ich bin aber... Alter, wir hätten uns so natzen können. Alter, ich würde gerade einmal Flash-Ult. Alter, ich mach's jetzt. Alter! Team! Recht! Tank doch nicht umsonst, Mann! Null, Alter. Ich hab' nichts gemacht. Okay. Aber wir hätten easy alle natzen können. Ja, ich... Ich wollte Top-Lean helfen gehen. Naja. Weil... Weil der KSX halt durch den... ... ... ... ... ... ich hab ja nicht mal jemand bekommen die ist um oder die ist um oder aber Autotech was macht die Lux alter ich geh doch hin oh why oh leih holy cow die Krill lol also warum die 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 Oh. Soll ich das abholen, das Ding? Jo. Ich hab'n Fui Red Buff. Ich weiß das nicht. Oh, Leute, bitte. Wo ist das andere? Jo, danke für'n Red Buff. Ah, wir müssen pushen. Komm mit mir nicht. Pack auf den. Leute, der kommt weg. Ich würd' schon sagen. Kriegt ihr Bosch? Ah, ne. FTP. Gott, der Kracke, Alter. Oh, ich kann Daisy shielden. Hahaha. Aber das kostet ja nicht mehr hier mit, Alter. Okay. Easy. Drake? Ooh. Äh, ja. Mm. Ahem. 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 Der ist gewandt, hast du einen Super? Ja, der ist gewandt. Der hat einen Reset bekommen. Kommt ihr weg? Will you fall? Ich geh. Ich hol mir den. Ich müsste ihn eigentlich killen können. Oder? Den müssten wir haben. Mogis? Nice. Ich geh. Ich geh. Ich geh. Ich geh. um ein eisernes Lübe Kunde einer Melfight mit Titanic ich bin ich die einbewerb die 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 fast ich bin noch der entbläht, Alter. Oh leul, nein. Komm her! Oh! Schade. Ich hab auf jeden Fall einen Minion gesmiltet, war gut. Oh leul, wuh! Oh leul! Scheiße! Oh leul! Ja! Das ist auch so easy geworden, irgendwie. Ja, ich werde Eibeln, aber irgendwie. Lass machen, Baron. Baron? Alter, Kude. Noisse. Wurde es abgebrochen. Oh, Leute. Scheiße. Wir müssen weg, wir müssen weg, Lut. Geh weg, geh weg. Loll. Was haben wir denn her? Angesprungen. Ich war in Ruhm, deshalb konnten wir da nichts machen. Oh, Leute. Ich komme! Ich komme! Ich bin sehr, sehr nervös. Ich bin sehr, sehr nervös. Ich bin sehr, sehr nervös, ich bin sehr, sehr. Absicht. Enda my bad. Ich bin der Titanic. Das wird auf jeden Fall nice. Cool. oder auch den kannst du nehmen ich habe schon ja ich hab halt das hier ok 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 ja Alle haben wir. Smeiten. Mein Weizen! So nice, wirklich meine E da. Feiert noch damage. Außen Affekt. Krach noch. Ja. Und ich schlieb. Ja, ich war jetzt Iron Man. Mach mal, Alter. Nice. Hast du noch 20 Minuten? Wie bitte? Immer noch 20 Minuten sperren. Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist die Aufnahme im Kasten. Ah, bitte.